Hallo und willkommen auf unsere Tuesday Business auf Mallorca. Mein Name ist Iris und jeden Dienstag mache ich ein neues Video mit dem Fokus Erfolg, Network Marketing und selbstbestimmte Karriere. Yes, yes! Was ist eigentlich das Ziel für mein Team und natürlich auch für mich? Das will ich euch jetzt verraten. Das Ziel ist, ein weltumspannendes Netzwerk aufzubauen von den tollen Menschen. Menschen, die zusammen reisen gehen, die miteinander arbeiten, die sich inspirieren, sich vertrauen, sich respektieren, die auch Sorgen und Freude mitteilen können, die Geld verdienen, die sich besuchen, die Ausflugen zusammen machen und so weiter und so weiter. Und das alles in einer selbstbestimmten und sinnvollen Arbeit. Zusammenarbeit. Dieses Netzwerk gibt es schon, aber eben, es soll noch viel viel größer werden und es soll noch viel viel bunter werden mit Menschen von unterschiedlichen Kulturen. Es soll eben die ganze Welt umspannen. Ich jedenfalls fühle mich riesig wohl in so einem Team zu sein und bin ganz aufgeregt durch den enormen Wachsturm und für die neuen Möglichkeiten und die Geschichten von den Menschen. Nun wisst ihr, was unser Ziel ist.